Derbys sind immer etwas Interessantes und etwas Besonderes. Nur, ich habe es ja letzte Woche schon vor dem Mainz-Spiel gesagt, ich möchte das nicht als Derby in den Vordergrund stellen. Für mich ist es ein Bundesligaspiel und wir müssen allen Wind aus den Segeln nehmen, die jetzt versuchen, dort zusätzlich noch irgendetwas hineinzupumpen. Darmstadt ist jetzt vor uns, fünf Punkte. Und Darmstadt weiß auch, dass das ein sehr wichtiges Spiel ist, genauso wie wir es wissen, wenn wir das Spiel morgen gewinnen sollten. Dann sind wir auf zwei Punkte dran und dann schmilzt der Vorsprung. Und ja, es kann dann nochmal eng werden für Darmstadt. Und wir wollen das versuchen. Wir wollen uns in eine bessere Position bringen und dementsprechend den Gegner in eine etwas schlechtere bringen. Also es wird ein interessantes Spiel morgen. Uns nur dort darauf zu fokussieren, dass wir kämpfen, rennen, spucken, beißen, wie man so schön sagt. Das wollen wir nicht. Das kommt sicherlich auch hinzu. Aber wir wollen morgen Fußball spielen. Denn ich glaube, dass ich eine Mannschaft habe, die sich jetzt auch diesbezüglich immer mehr weiterentwickelt. Und ich hoffe, dass wir das morgen dann auch zeigen werden. Und. Untertitelung des ZDF, 2020